Tach, wir haben eine richtig coole Aktion für euch, jetzt aufpassen. Wir haben 60 Sekunden Zeit, das zu erklären. Meinst du, wir kriegen es hin? Mal gucken. Unter unserem letzten Video finden sich knapp 200 Kommentare, dass wir die Werft von Nordchip und Forbi anschauen sollten. Ja, machen wir auch. Ist auf dem Zettel. Vorher schauen wir uns allerdings eine andere Werft an. Mindestens genauso cool. Sirius. Und zwar kommende Mittwoch, den 22.02. und jetzt kommt das Coole. Ist dein Geburtstag, ne? Na gut, jetzt wisst ihr alle. Das ist nicht das Coole. Also das ist cool, aber das ist nicht das Coole. Ach so, okay. Zwei von euch dürfen dabei sein, mit uns und dem Chef Thorsten hinter die Kulissen zu gucken. Alle Infos gibt es in der Videobeschreibung. Wenn du Bock hast und es zeitlich passt, dann finde unsere Profilseite auf Instagram. Abonniere natürlich und kommentiere, warum du gerne dabei sein möchtest. Und teilen wäre auch ganz nett. Also abonnieren und kommentieren auf Instagram, richtig? So ist es. Gut. Schön zusammengefasst. Unter unserem Instagram Reel, wohlgemerkt. Und Zeit ist bis Samstagabend. Danach wählen wir dann völlig zufällig aus, wer mit kann. Und dann schreiben wir euch. Anfahrt und Aufenthalt sind natürlich selbst zu organisieren. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ciao.